ja jetzt sehe ich ihn wieder scheiße schon wieder schief ich überlege mir so einen Punkt mal mit richtig anstechen das tut mir schon schwer Problem ist halt in der Wolke verschwindet der kurz das habe ich ihn wieder gefunden ich bin gerade dran und jetzt gehe ich wieder raus das war letzter Überflug, dann lande ich das ist nicht dein Bruder ma? nee, warte, soll ich noch mal einen? ich mache noch mal einen hier ok, gut, soll ich hier mitfilmen? ja, Hanson soll jetzt mal Pause machen und wieder filmen so ok sowieso ok so